Hallo, mein Name ist Luka und meine lieben Freunde, wo gibt's eigentlich dieses wunderschöne Merch? Luka-shop.de Im heutigen Video soll es allerdings nicht um mein wundervolles Merch gehen, sondern um das geistige Alter. Denn wir versuchen das heute anhand einer Farbe herauszufinden. Welche dieser Farben würdest du als deine Glücksfarbe wählen? Glücksfarbe? Also, mein Auto ist gelb und ich mag gelb auch eigentlich, von daher würde ich hier gelb als meine Glücksfarbe nehmen. Wenn du die Farbe der Sonne wählst, bekommst du einen Punkt. Nur einen Punkt? Aber okay, vielleicht sind die anderen ja auch nicht so gut gepunktet. Naja, war wohl nix. Welche Farbe findest du am traurigsten? Am traurigsten? Ich würde sagen das dunkelste, also das schwarz, weil weiß ist das am Gegenteil von traurig. Wenn es schwarz ist, bekommst du vier Punkte. Okay, Vollpunktzahl, vier Punkte, schreiben wir uns auch auf. Jawohl. Welche der Farben inspiriert dich am meisten? Inspirieren? Ich glaube... Oh, ich weiß es, ich glaube grün. Ich glaube grün inspiriert mich am meisten. Wenn dich die Farbe weiß inspiriert, bekommst du vier Punkte. Vier! Hilf dir orange, neue Ideen zu finden, erhöhe deinen Punktestand um einen Punkt. Okay, zwei oder drei Punkte. Dafür bekommst du drei Punkte. Ja, okay, drei Punkte ist in Ordnung, schreibe ich mir drei auch noch auf. Welche Farbe ist dir zuerst ins Auge gesprungen? Pink. Weil es am meisten vertreten ist. Hier überall an den Haaren, hier im Gesicht ein bisschen, hier vorne und auch hier außen rum. Grün ist ja mit am wenigsten. Wenn Lila die erste Farbe war, die du gesehen hast, dann gib dir drei Punkte. Falls dir Gelb sofort ins Auge gesprungen ist, bekommst du einen Punkt. War es grün? Okay, hier sind vier Punkte für dich. Wenn du zuerst pink gesehen hast, kriegst du zwei Punkte. Ich bin bisher im stabilen Mittelfeld. Ich hatte beim ersten zwei Punkte, dann vier, dann drei, dann zwei. Also ich bin aktuell bei zehn Punkten. Welche Farbe ist dominant? Welche Farbe ist dominant? Ich würde sagen schwarz. Klingt zwar traurig. Also eigentlich würde ich... Ne, ich würde orange sagen. Ich sage orange, komm. Wenn du findest, dass Gelb dieses Bild beherrscht, bekommst du zwei Punkte. Okay. Ist es orange, dann geht ein Punkt an dich. Verdammt ey, ich scheiß rein. Was ist denn... Ich will halt wissen, was mein geistiges Alter ist. Immer mit der Ruhe, okay? Du willst ein neues Auto kaufen. Welche Autofarbe würdest du niemals wählen? Niemals. Pink oder Gold. Auf jeden Fall. Ich würde Pink nehmen. Ne, Gold. Ich nehme Gold. Ich nehme Gold. Pink ist funny, glaube ich sogar. Wenn du denkst, dass Magenta zu knallig ist und zu viel Aufmerksamkeit auf dich lenken würde, erhältst du drei Punkte. Das ist nicht Magenta, das Pink. Sieht weiß nach zu viel Arbeit aus, wenn es ums Waschen geht. Vier. Gibt's vier Punkte. Wenn du dir nicht vorstellen kannst, ein schwarzes Auto zu fahren, weil das zu lang... Okay, das heißt, ich kriege zwei Punkte bei dem goldenen. Wenn dein Leben ein Film wäre, dann wäre das ein Best-Dann. Du weißt schon, der in Sepia-Tönen und mit viel Action. Eine gute alte Schwarz-Weiß-Romanze. Der Film, in dem Gefühle heller sind als die Farben und der Geist der Vergangenheit kaum zu schlagen ist. Okay. Ein lustiger Zeichentrick-Film. Bunte Farben, coole Figuren, witzige Szenen. So ist das Leben. Aha. Oder ein Science-Fiction-Film über das Leben in ferner Zukunft. Hightech, geheimnisvolle Melodien und Farben. Auf jeden Fall der Zeichentrick-Film, glaube ich. Mit dem Rest kann ich mich nicht so richtig identifizieren. Das ist mir entweder zu weit weg oder... Also in der Vergangenheit oder zu weit in der Zukunft. Hast du dich für den Western entschieden, addiere drei Punkte. Drei Punkte, okay. Vier, okay. Zwei oder einen Punkt. Cartoon-Fans bekommen einen Punkt. Verdammt. Ey, ich bin am reinkacken, ne? Ich glaube, mein geistiges Alter ist richtig schlecht. Ich weiß aber nicht, ob es schlecht ist in die Richtung, ich bin voll alt vom geistigen Alter oder ich bin voll jung vom geistigen Alter. Es wird Zeit, dein Haus umzugestalten. Entscheide dich für eine Farbe für die Wände im Wohnzimmer. Ähm. Unten links hier. Weiß. Safe. Oder das hier. Nee, ich nehme das. Ich nehme das. Grau. Edel minimalistisch. Grau. Klingt das nach dir? Hier sind drei Punkte für dein... Drei Punkte, okay. Das war gut. Aber wenn es hierfür jetzt vier gab, Alter, dann bin ich richtig voll am Rad. Wenn Beige deine Definition von Stil und Komfort ist, erhältst du vier Punkte. Verdammt, ey. Mann, da hätte ich sogar noch mehr bekommen. Oh, das ist traurig. Vielleicht willst du dein Wohnzimmer mit etwas schmücken. Hä? Wie, mit etwas schmücken? Was soll ich denn jetzt sagen? Würdest du dann Fotos von Familie und Freunden an die Wand hängen, dann sind das vier Punkte für dich. Das lassen wir. Da gebe ich mir die Durchschnittspunktzahl. Also 2,5 ist er, glaube ich. Eins, zwei, drei, vier. Da müsste 2,5 der Durchschnitt sein. Weil da wurde ja gar keine Frage gestellt. Kann es sein, dass du dumm bist? Welche Farbe wählst du fürs Schlafzimmer? Schlafzimmer so. Finde ich. Weil es morgens schon hell sein sollte, dass man vernünftig wach wird. Also weiß. Oben rechts die Antwort. Soll alles nach Holz aussehen? Dann gib dir drei Punkte. Okay. Wenn du dich für ein weißes Schlafzimmer entscheidest, bekommst du... Vier. Okay. Wir nähern uns wieder einer guten Punktzahl, glaube ich. Mayonnaise. Du hast dich entschieden, ein Buch zu schreiben. Okay. Wie soll das Cover aussehen? Boah, wenn ich ein Buch schreiben würde, glaube ich, das hier unten rechts. Das fände ich am allercoolsten. Ich würde es eigentlich noch simpler und cleaner und bunter machen, aber das hier. Wenn es ein klassischer Ledereinwand sein soll, bekommst du drei Punkte. Okay. Gib mir vier. Entscheidest du dich für ein romantisches Cover, gehen vier Punkte an dich. Bitte gib mir wenigstens zwei Punkte. Bevorzugst du ein Minimalist... Verdammt, einen Punkt. Ey. Immer Skyline, Bordstein, Skyline hier bei mir. Welche Farbkombination würdest du niemals für dein Outfit wählen? Also Schwarz-Weiß immer. Braun ist schon schwierig. Aber okay, ich würde das hier nehmen. Gelb-Orange, glaube ich. Wenn du dich nie für Schwarz-Weiß entscheidest, addiere drei Punkte zu deinem Punktestand. Schwarz-Weiß immer. Orange und Gelb passen. Zwei Punkte. Okay. Ist nicht ganz schlecht, aber ist in Ordnung. Welche der Landschaften wirkt auf dich am entspannendsten? Am entspannendsten glaube ich wirklich das hier mit dem Schnee, weil das dann immer so ruhig ist. Und Winter ist auch nicht so viel Trubel und so, deswegen die Schneelandschaft. Wenn du dein Herz für die Berge schlägst, erhöhe deinen Punktestand um drei Punkte. Das oben rechts safe nur einen Punkt. Wenn dich die Aussicht auf eine Großstadt-Weiß beruht, bekommst du zwei Punkte. Bitte vier. Bitte vier. Findest du eine weiße Winterlandschaft am entspannten... Yes! Vier Punkte. Guck mal in den Anhalter, ich bin geistig so schlau. Nein, Digga. Bekommst du von all diesen Fragen Hunger, such dir ein Dessert aus. Ich mag keine Desserts. Das oben links auf gar keinen Fall. Entweder eins von den beiden rechten. Ich würde aber, glaube ich, den Shake nehmen. Bist du ein Typ für rote Torten, deine Leidenschaft bringt dir drei Punkte. Okay, bitte, bitte einen Punkt, bitte einen Punkt jetzt. Wenn Brownies zu deinen liebsten Desserts gehören, gib dir vier Punkte. Vier Punkte, verdammt, okay. Zimtschnecken-Fan, zwei Punkte kommen zu dir. Ein Punkt zu mir. Ey, das ist doch nicht wahr. Entweder immer vier Punkte oder ein Punkt hier bei mir. Ich will einfach wissen, wie alt ich bin. Ihr könnt ja mal selber zu Hause mitrechnen. Nö. Jetzt kommt das Finale. Okay. Wenn deine momentane Stimmung eine Farbe wäre, welche wäre es? Wenn meine momentane Stimmung eine Farbe wäre. Ich glaube das hier, weil ich aktuell sehr viele Kopfschmerzen habe, aber generell mein Farbzustand ist eigentlich das hier, würde ich sagen. Wenn sie grau oder schwarz ist, bekommst du drei Punkte. Vier Punkte landen auf deinem Punkt. Vier? Okay, wow. Das hätte ich nicht gedacht. Ich bin insgesamt bei 35,5... Ein halb? Ach ja, wir hatten ja einmal die Mitte genommen. Äh, 35,5 Punkte habe ich. Hast du 15 bis 25 Punkte erreicht, dann... Wie 15 bis 25? Hier steht 15 bis 20 Punkte. Aber ist egal, ich habe ja eh mehr. Wenn du zwischen 26 und 37 Punkten erreicht hast, liegt dein geistiges Alter zwischen 18 und 24. Okay. Ich bin 26. Aber das ergibt Sinn, weil mein Denken, glaube ich, noch so ein bisschen dumm, jung ist. Aber ich will mal sehen, was sie hier erklären. Du überlegst immer noch, was du machen willst, wenn du erwachsen bist. Freunde und Partys sind ein wichtiger Teil deines Lebens. Du willst alles ausprobieren, was das Leben zu bieten hat. Und Routine ist für dich ein ziemlich gruseliges Konzept. Okay. Der Rest interessiert mich nicht. Ich glaube, ihr habt auch nicht so viele Punkte. Falls doch, seht ihr das Video unten in der Beschreibung verlinkt, meine lieben Freunde. Und an der Stelle würde ich das heutige Video dann auch beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch unter diesem Video hier da. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Ich bin vom geistigen Alter jünger als ich eigentlich bin. Also ich weiß nicht, ob das jetzt vorteilhaft ist oder eher kontraproduktiv.